Im Dendro-Labor der WSL werden jährlich Hunderttausende von Jaringen untersucht. Seit neuestem hilft dabei ein Fotoroboter. Skippy wurde an der WSL entwickelt und gebaut, Teile davon mit einem 3D-Drucker. Es besteht aus einem Rahmen mit mobiler Platte und einer Halterung für eine Kamera. Nach dem Programmstart fährt die computergesteuerte Platte los. Alle 6 mm hält sie an, die Kamera fokussiert und nimmt auf. Die Platte rückt weiter, bis die gesamte Stammscheibe fotografiert wurde. Anschließend fügt ein Computerprogramm alle Bilder verzerrungsfrei zusammen. Auf dem hoch aufgelösten Panoramabild können nun die Jaringe exakt gemessen und weiter untersucht werden.